Ja und damit ein herzliches Willkommen zur zweiten Episode von Verteidiger des Blödsinns und die Klasse, die wir heute haben, ihr könnt es ja schon außen sehen, die ist sowas von bekloppt, also das geht ja mal gar nicht und die Killstreaks, die werde ich auf jeden Fall nicht erreichen bis zum Höhepunkt, denn das ist glaube ich nicht wirklich gut möglich mit dieser Waffe und naja, ne GLM kann man, braucht man gar nichts mehr zu sagen, ist einfach total bescheuert. Ah, wartet, boom, okay, den ersten Kill haben wir schon mal, jetzt gehen wir mal hier lang, Abschuss bestätigt spielen wir nämlich und das heißt Dogtags einsammeln vor Subin und Ah Gott, 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 oh scheiße, das war der oben gewesen, oder? Ja, scheiße, okay, mal schauen, wir gehen jetzt mal hier unten lang, würde ich sagen, okay, da unten ist frei, okay, was geht denn hier jetzt ab? Also die KSG-12, das ist so, ne, da oben steht einer, ist eigentlich die Waffe, mit der ich überhaupt nicht umgehen kann, also, ne, also mit der Spaß 12 und sowas, damit komme ich überall klar, aber mit der KSG-12 überhaupt nicht, mit der Model komme ich auch noch besser klar, aber, ne, KSG-12, absolute Todfeinde und, ach, scheiße, ah, da, da habe ich gewabbelt, wa? Und, okay, ja, Extrembedingungen pro gefällt mir eigentlich ganz gut, aber Visier, na, ich weiß nicht, ist nicht so eine Sache, die ich unbedingt brauche, aber wir haben ja noch C4, yay, das passt immer so, wie ich das alles hier sage, Scheiße, ach, den Störer, ja, damit muss ich mich auch noch abfinden, den setzen wir jetzt einfach mal hier hin und, ey, gehst du mal da runter, ja, okay, den rennen wir mal ganz schnell hinterher, oh, komm schon, schneller, okay, den haben wir, super, alles klar, okay, da vorne steht schon wieder einer, alles klar, wo ist er, wo ist er, hä, scheiße, ach, scheiße, ach, Mist, da habe ich mich zu sehr auf die UAV verlassen, das war ein kleiner Fehler gewesen, komm schon, komm näher, komm näher, verdammt, ach, fuck, ach, scheiße, ach, Mist, oh, da standen aber ziemlich viele da unten, deswegen gehen wir jetzt erstmal, den hätten wir erwischt, wenn die Distanz gestimmt hätte, und jetzt gehen wir ganz schnell außenrum, ach, fuck, jetzt sind die alle schon tot, okay, dich haben wir, Doctack, alles einsammeln, und jetzt gehen wir mal ganz kurz zu dem Typen da hinten, wenn der nicht jetzt schon getötet wird, okay, den kriegen wir noch, alles klar, super sexy, nee, da gehen wir nicht lang, das ist nicht für unsere Reichweite bestimmt jetzt gerade hier oben, obwohl ich glaube, wir könnten wirklich rein rushen, ach, fuck, ach, scheiße, oh, Mist, oh, ich war gerade dabei gewesen, mit meinem Blick nach links zu gehen, aber dafür ist es wohl zu spät gewesen, oh, leckt das hier gerade, das Spiel, ey, das hält Call of Duty einfach nicht aus, ich hoffe, mein Ingame-Sound ist jetzt nicht zu laut, das müsst ihr auf jeden Fall mal in die Kommentare schreiben, also, ob der Sound, den ich selber höre, so laut ist, okay, One-Hit, das finde ich immer gut, und einen Abschluss verwehren wir auf jeden Fall mal schon mal, und, okay, hallo, okay, da ist keiner, keiner da, keiner da, das finde ich sehr gut, so, ach, Gott, ich erschrecke mich doch nicht so, und das machen wir erstmal kaputt, das sieht ja überhaupt nicht schön aus, ach, scheiße, Mist, okay, dann gehen wir jetzt einfach mal rechts lang, denn da vorne sollten wir auf jeden Fall nicht mit der KSG-12 hin, und wir jumpen erstmal hier runter, okay, da spawnen sie alle, ja, das ist gefährlich, ach, wow, das ist, das ist gerade sehr gefährlich, ach, fuck, jetzt ist eine Konterdrohne aktiv, okay, den haben wir auch noch gehabt, na, okay, cool, das gefällt mir schon mal, ach, fuck, wow, die, wow, 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 alter Vater, ich hab gleich die Angriffsdrohne, aber das, ich glaub, die kriegen wir aber nicht mehr, nein, oh, fuck, einen vor der Angriffsdrohne, krass, die hatte ich eh noch nie gehabt eigentlich, die habe ich bisher nur immer bei, oh, Triple Kill, die habe ich eigentlich immer nur bei Abschluss, nee, wie hier, Absprungzone gespielt, okay, einfach mal die, ach, aktivieren, oh, wow, meine Pumpe rast gerade ein bisschen, ha, ha, immer für eine Überraschung gut, der Legion Games LP, oder? Finde ich gut, okay, da oben stillt auch schon jemand, alles klar, super, ach, scheiße, ja, das sind immer diese One-Hits, man kriegt ganz viele One-Hits hintereinander, und dann merkt man auf einmal, so toll sind die Waffen ja eigentlich gar nicht in diesem Spiel, ach, Gott, hier, nach, kurz warten auf die nächste, ach, ja, gut, schade, ich finde das gut, bevor die gemerkt haben, dass man eigentlich hinter denen steht, ist es schon eigentlich immer in der Regel zu spät, ach, oh, fuck, fuck, nein, ah, ich wollte gerade zur GLM wechseln, könnten wir ja auch mal ein bisschen öfters benutzen, und das Spiel ist vorbei, und wir haben verloren, ja, schade, was will man machen, ist eigentlich ziemlich knapp geworden, aber ich hoffe, euch hat diese Folge trotzdem gut gefallen, und ich war sogar der letzte Kill gewesen, das geht ja mal gar nicht, naja, verloren ist verloren, und ich lade ja eigentlich nur ehrliche Gameplays hoch, ich könnte jetzt auch so lange spielen, bis das Gameplay perfekt ist, ich verabschiede mich von euch, ciao Leute!